Battle Royale-Spiele gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Umso interessanter ist es, wenn ein Spiel versucht, dem Genre seinen eigenen Stempel aufzudrücken, um so für mehr Abwechslung zu sorgen. Spellbreak möchte sich eben dieser genannten Aufgabe annehmen und mixt die bekannten Battle Royale-Elemente mit einem verspielten Look und jeder Menge Zauberei. Wie gut das bisher in der Praxis funktioniert, durften wir in der Closed Beta des Spiels bereits testen. Mein Name ist Christopher, ihr schaut Game Contrast und jetzt geht's los. Als erstes sei erwähnt, dass die Closed Beta natürlich nicht den finalen Stand des Spiels widerspiegelt und sich bis zum endgültigen Release natürlich noch sehr viel ändern und verbessern kann. Das Spiel soll übrigens 2020 dann irgendwann erscheinen und wir versuchen uns dann natürlich auch die Release-Fassung anzuschauen. Anders als viele andere Battle Royale-Spiele entlässt uns Spellbreak nicht sofort in die Welt der brachialen Multiplayer-Action, sondern führt den Spieler mit einem kleinen Tutorial sowohl in die Spielwelt und ihre Eigenheiten als auch in die eigenen Gameplay-Mechaniken ein. Eine Story wird dabei nur leicht angedeutet. Wir sind ein Eidbrecher wie viele andere in dem Spiel und können verschiedene Zauber wirken. Tiefere Einblicke bekommen wir hier nicht wirklich. Anders sieht es da schon beim Gameplay aus. Anfangs ist es gar nicht so einfach den Überblick zu behalten und das Tutorial erfüllt an dieser Stelle wirklich seinen Zweck. Zu Beginn suchen wir uns in der Sammlung unseren spielbaren Charakter aus. Die Charaktere haben allerdings keine besonderen Fähigkeiten und unterscheiden sich nur optisch voneinander. Danach wählen wir eine der sechs Klassen aus, welche unsere Standard-Skills festlegen. Spielen wir beispielsweise als Pyromagier, haben wir ein Feuerhandschuh als Ausrüstungsgegenstand, eine entsprechende Feuerfähigkeit und daher logischerweise auch Feuerangriffe. Macht Sinn, ne? Allerdings können wir einen weiteren Handschuh finden, welcher aus einem anderen Element besteht. So können wir gleichzeitig einen Feuerhandschuh und einen Eishandschuh tragen und beide Angriffstypen sogar miteinander kombinieren. Dabei kann es zu sehr nützlichen Effekten kommen. Zünden wir beispielsweise eine Giftwolke mit unserem Feuerzauber an, so kommt es zu einer großen Explosion, welche wiederum mehr Schaden bei Gegnern verursacht. Die Handschuhe sind allerdings nicht die einzige Angriffsmöglichkeit. Auf der Map finden wir Runen, welche uns einen ganz speziellen Angriff verleihen. Welchen Spezialangriff wir bekommen, hängt davon ab, welche Rune wir eben aufnehmen. Somit baut das Spiel in seinem Gameplay auf einen sehr soliden Gerüst auf. Hat man das grundlegende Prinzip verstanden, kann es etwas mehr in die Tiefe gehen. Wir konnten während der Closed Beta nur einzählen oder mit einem anderen Mitspieler eine Partie starten. Der Team-Modus war leider nicht auswehbar. Ist man dann erstmal im Spiel, hat man genügend Zeit, sich in der Lobby umzusehen und schon mal mit verschiedenen Waffen auf der Map zu experimentieren. Dies kennt man bereits von anderen Vertretern des Genres, wie beispielsweise Call of Duty Warzone. In der Beta hat es eine Weile gedauert, bis sich die Lobby gefüllt hat. Da die Beta allerdings bereits am 20.07. offline geht, ist dies nicht besonders verwunderlich, dieser Spielerschwund. Ärgerlich war es allerdings trotzdem, da man manchmal doch recht lange auf neue Mitspieler warten musste. Während der Testphase waren durchschnittlich sieben Spieler gleichzeitig in einer Partie. Ist die Lobby voll, kann der Spaß allerdings endlich losgehen. Wir wählen uns einen Punkt auf der Charakter aus und erreichen die Stelle über eine Art Teleportsprung aus der Luft. Sind wir gelandet, so gilt es, die Gegend auszukundschaften und nach Ausrüstungsgegenständen zu suchen, die uns den Überlebenskampf gegen die anderen Spieler erleichtern. Wir beginnen die Runde nur mit unserem Standardhandschuh und der Standardfähigkeit. Und alle anderen Gegenstände und Runen müssen wir selbst finden und auf Lootglück hoffen, denn nicht jeder Gegenstand ist gleich. Die Ausrüstung wird in verschiedene Seltenheitsgrade unterteilt. Und so gibt es auch in diesem Spiel gewöhnliche Ausrüstung oder legendäre Gegenstände und so weiter und so fort, die natürlich höhere Werte haben. Wir sollten also immer versuchen, gut ausgerüstet zu sein, um den Feind dann im direkten Duell bezwingen zu können. Spellbreak sticht hier vor allem durch das flotte Movement und seine einzigartigen Zauber-Effekte heraus. Im Vergleich zu anderen Battle Royale-Spielen, wo man eher etwas taktischer und ruhiger spielt, kann man hier auch ruhig mal in die Offensive wechseln. Dieses Battle Royale-Spiel fühlt sich erfrischend anders an. Allerdings braucht man eine Weile, ehe man sich an die Moves und Fähigkeiten gewöhnt hat und diese auch sinnvoll einzusetzen weiß und erstmal für sich selbst einen Überblick gefunden hat. Zudem war die Map für die geringe Anzahl der Spieler in der Beta manchmal doch etwas zu groß. In der Testphase konnte man bereits viel von den Ideen erkennen, welche die Entwickler für Spellbreak haben und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hätte keinen Spaß gemacht. Die bunte Cartoon-Optik in Kombination mit Zauberei im Battle Royale-Genre hat durchaus mein Interesse geweckt und das Spiel hat definitiv das Potenzial, sich als nette Alternative zu Fortnite, Warzone und Co. zu etablieren. Jedoch entscheidet sich dies durch viele Faktoren, die bisher noch unklar sind. Wie sieht es mit der Langzeit-Motivation aus? Bietet man den Spielern genügend Inhalte, um auch länger am Ball zu bleiben? Auch der In-Game-Shop wird hier eine wichtige Rolle spielen. Den konnte man in der Beta-Phase noch nicht anwählen. Wird man hier nur optische Veränderungen anbieten oder driftet es dann doch Richtung Pay-to-Win ab, wenn es drauf ankommt? Das sind alle Fragen, die wohl erst zum Release des Spiels geklärt werden können. Da kommen wir nun mal zu meinem kleinen Preview-Fazit. Spellbreak lässt wichtige Fragen offen, doch ist bereits jetzt ein recht spaßiges Spiel. Einige Fragen können wohl erst zur Veröffentlichung final geklärt werden. Bis dahin lohnt es sich allerdings, Spellbreak zumindest im Auge zu behalten, sofern man mit allen anderen Battle Royale-Spielen bisher nicht warm geworden ist. Sollte man seinen Liebling allerdings schon gefunden haben, wird Spellbreak wohl eher niemanden davon überzeugen zu wechseln. So ehrlich muss man an dieser Stelle dann doch sein. Sollte man seine Liebling Sollte man den